Yo, halli, hallo, hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir spielen wieder weiter, in die dritte Aufnahme-Session geht es hier mit. So, im Herausforderungsmodus hatten wir ja begonnen sozusagen. Da schauen wir mal rein. Tropenwüste, Graslandschaft, meine Parks, Laubwald. Genau, das war ja alles mit... Hä? Hä? Mit begrenzten, mit begrenzten, mit begrenzten, mit begrenzten, mit begrenzten Budget... Das ist jetzt alles mit begrenztem Budget? Verdammt, dann hätte ich hier angefangen zu bauen. Naja, egal, wir machen erstmal die Tropen, wir können ja auch mehrere Spielstände machen, das ist ja überhaupt kein Problem. Ah, genau, ich wollte mal gucken, ob jetzt Herr Sommer... Oh, wer ist das hier? Weberli, Freund Offline, beliebte Uploads, nix hochgeladen. Aber ich glaube, der Herr Sommer hat mittlerweile was hochgeladen. Zumindest hat er mir das in den Kommentaren, ich glaube, von Folge 6 geschrieben, dass er hier was hochgeladen hat. Weil ich ja gesagt habe, lad doch mal was hoch. Ich will mal King Kelle Food abonnieren in Workshop ansehen. Was ist das denn? Hat er da was selbst gebaut oder wie? Wie kann ich mir das ansehen? Im Workshop ansehen. Ich glaube, dann springt es jetzt aber raus, oder? Bauplan, King Kelle Food. Besucher, acht Leute haben das schon mal... Ah, toll, wenn ich das jetzt im Workshop ansehe. Ich glaube, dann springt es hier raus, Leute. Ah, das ist ja mal interessant. Abonnieren, das kann ich bestimmt auch abonnieren. Das abonniere ich mal. Nicht mehr abonnieren, abonnieren. Das heißt, kann ich das jetzt vielleicht dann verwenden? Hier, hat er uns da etwas gebaut, was wir verwenden können in unserem Park? Das wäre ja... Das wäre ja Hammer, Leute. Dann kann ich euch ja damit beauftragen, komplizierte, schöne Dinge zu bauen, die wir in unseren Park integrieren können. Und ja, ich glaube, da müsst ihr mich dann bloß als Freund adden. Ihr könnt mich hier im Steam jederzeit als Freund adden unter dem Namen Keturio. Da findet ihr mich. Und ja, wenn es so einfach ist, dann könntet ihr mir ja was bauen. Was wir dann einfügen? Und ich muss nicht mehr so viele komplizierte Sachen bauen. Ja, aber wir wollen natürlich auch mal selbst irgendwann was bauen. Ich bin nun mal sehr gespannt, ob das Abonnieren jetzt schon so in der einfachen Form, wie ich es gerade gemacht habe, reicht. Und jetzt, dass ich dieses Gebäude dann bauen kann vom Herrn Sommer. King Kelle Food. Das klingt jetzt schon mal sehr vielversprechend. Ich dachte, wir können jetzt irgendwie in seine Map reingehen und schauen, was er so gebaut hat, wie das aussieht. Aber wenn es King Kelle Food ist, was wollen wir denn mehr? So, da wären wir wieder. Baue eine Achterbahn mit mindestens 3.0 Fahrspaß. Erreiche eine Szeneriebewertung von 40... Haben wir das nicht schon mal? Szeneriebewertung von 40? Ich baue eine Achterbahn, die mindestens 40 Meter pro Stunde erreicht. Benachrichtigungen habe ich hier... Oh, hier wichtig. Ne, wichtig ist ja auch nichts. Alles, ach so, das ist ja alles gut, das ist nichts. Gut, da wären wir wieder in unserem schönen kleinen Park. Ihr habt gesagt, mach längere Warteschlangen, mach längere Warteschlangen. Ich weiß schon, dass ich die länger machen soll. Ich würde das mal gucken. Aber im Moment sind sie ja noch nicht ausgelassen. Naja, gut, von wegen nicht ausgelassen. Eigentlich, das sind welche zum Beispiel schon eine längere Warteschlange. Dann werde ich die Warteschlange hier vielleicht versetzen, irgendwie hier rumlegen. Und die, die könnten wir hier zum Beispiel so rumrufen lassen und hier hinten den Eingang machen. Dann hätten wir schon eine lange Warteschlange. Oh, jetzt fliegt das Ding uns wieder in die Fresse. So. Ja, aber kann ich jetzt hier meine Baupläne? Ist das hier? Diese Baupläne enthält Teile, die du noch nicht erforscht hast. Ah, okay, das hier wird höchstwahrscheinlich, nehme ich an, weil jetzt da steht meine Baupläne. Das wird höchstwahrscheinlich der Bauplan sein vom Herrn Sommer. Aber dann sind Teile, die wir noch nicht erforscht haben. Gut, das heißt, wir müssen erst mal so weiterbauen, wie wir es bisher schon gewohnt sind. Na gut, wir spielen aber auch hier einen Herausforderungsmodus. Wir können uns nicht so viel erlauben und einfach irgendwas bauen, sondern, ja, der Herausforderungsmodus ist ein bisschen schwierig. Doch, ich möchte mir auch mal ein bisschen klar werden in Zukunft, wie ich jetzt hier den Park so designen werde. Eigentlich habe ich auch vor, irgendwie in die Mitte einen großen See zu machen. Vielleicht irgendwie da hinten, was weiß ich, irgendwie eine bergigere Landschaft machen. Da hinten geht es dann runter an einer Art künstlichen Strand mit Palmen oder irgendwas. In der Mitte vielleicht so ein See mit einem Schlösschen oder irgendwie irgendwas, was beeindruckt. Ja, das kann ja jetzt jeder hier, zack, Straßen, bamm, 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 alles voll mit Dings stellen und das war's. Wir wollen schon ein bisschen kompliziertere Sachen bauen. Nur ich weiß nicht, inwiefern die Gäste finden die Wartezeit bei Insanity One lang. Das ist ein Insanity One, war das das? Nee, das war White Blue. Das war White Blue. Nee, das ist White Blue. Warte, fuck. Das ist Insanity One. Ja, die ist tatsächlich... Wir müssen uns mal ein bisschen um die Warteschlangen kümmern, Freunde, dass wir mehr Kundschaft anlocken können. Und so weiter und so fort. Gut, dann verschieben wir zum Beispiel mal das hier erstmal, was weiß ich, an diese Stelle. Wir verschieben mal alles, was wir derzeit nicht brauchen, hierhin. Gibt's auch irgendwie was, wo wir sagen können. Wir lagern die Sachen zum Beispiel erstmal ein. Das wäre auch ganz cool. Ich stelle es erst einmal einfach dahin stellen. So, jetzt tue ich mal den Busch hier runter. Den Wagen, den tun wir auch mal kurz muven. Stellen wir mal hier hin. So, und das Gerät, das möchte ich mal kurz passieren. Geschlossen. Geschlossen. Halt, halt, halt. Fährt das jetzt trotzdem nochmal. Das fährt jetzt trotzdem noch. So, ich kann zum Beispiel hier pausieren sagen. Ähm, das von dem Gerät. Äh, Wege. Wo habe ich denn hier? Warteschlange. Wo kann ich denn die hier einfach? Ah. Einfach Rechtsklick drauf machen. Und ich kann sie stornieren sozusagen. Okay, gut. Hätten wir das erstmal geschlossen an Warteschlange. So, das möchte ich nochmal muven. Das tun wir erstmal hier hin. Das auch. Den Eingang von dem möchte ich vielleicht verschieben. Und die Warteschlange, die können wir vielleicht rumschieben. Na, mal gucken. Ah, ich möchte, ich muss, ich muss auch das hier leider. Ähm, Warteschlange. Das muss ich auch leider erstmal muven. Und muss jetzt sagen, von diesem Ding den Eingang platzieren. Den könnten wir vielleicht hier platzieren. Und dass man hier so rumgehen muss. Und dann haben wir eigentlich eine lange Warteschlange. Dass wir den Eingang vielleicht dahin machen, wo das Ding offen ist. So. Und dass wir diese Warteschlange länger machen. Also ich glaube, dann müsste ich das hier vielleicht auch erstmal ein bisschen muven. Kann ich das einfach... Einfach so? Du musst das Fahrgeschäft schließen, bevor du es verschieben kannst. Ja, geschlossen. Ah, jetzt kann ich es verschieben. Wow. Ach, nein. Wieso hat denn der jetzt das geschlossen? Das sollte ich doch offen lassen. Ah, damn it, damn it, damn it. Das, das... Alter Schwede. Das mit dem Auswind ist manchmal ein bisschen tricky. So, das hier möchte ich verschieben. Und zwar vielleicht ein Stückchen mit... Oder... Wobei, lassen wir es erstmal. Vielleicht kriegen wir die Warteschlange ja tatsächlich hier durch. So wie ich mir das vorstelle. Wieso fliegen denn die Fakten so blöd? Habe ich das letzte Mal nicht korrekt platziert oder was? Ach, ich habe schon wieder was Falsches in der Auswahl, glaube ich. So. Also Wege, Warteschlangen. Die hatten wir verwendet. Die da, glaube ich. Aus quadratischen Steinen mit Steinrand. Jawohl. Das ist schon die. So, da können wir ja jetzt versuchen, hier ein bisschen... Ah, Winkelausrichtung würde ich nur sagen. Nein. Da können wir jetzt so ein bisschen hier... Hier rumgehen. Ist doch, wie ich meine. So. So. Dann haben wir diese Warteschlange etwas verschönert, hätte ich gesagt. Ah, das ist jetzt ein bisschen... Wach. Bisschen blöd. Moment, das machen wir mal wieder weg. Kann ich das nicht hier irgendwie rumführen? So, können wir es höchstens machen. Ja, so passt das doch. Zack, da hätten wir jetzt die Warteschlange hier rumgeführt. Ja, kann man so lassen, oder? Kann man das so lassen? Blockiert, blockiert, blockiert. Ja, ich würde schon so sagen, dass man die schon so lassen kann. Dann, da ist dann der Ausgang. Dann sollte das zumindest schon mal wieder passen. Müssen wir jetzt bloß noch die Warteschlange von diesem Gerät etwas anpassen. Und zwar... Eingang platzieren. Den würde ich jetzt gerne auf die Rückseite machen wollen. Nämlich genau hier hin. Machen wir den auch auf die Rückseite? Ja, komm. Machen wir auch auf die Rückseite. Ähm, jetzt müssen wir hier auch wieder Wege sagen. Warteschlange. Ich glaube, hier hatte ich den einfachen mit der... Mit dem Dingens. So. Ach, ich habe keine Winkelausrichtung. Na, Moment. Ach. Muss ich nochmal wegmachen. So, jetzt habe ich die Winkelausrichtung. Paff, Paff. Ähm. Ja, machen wir die mal ein bisschen länger. Dann machen wir sie mal so. Und dann lassen wir sie mal so lang gehen. Okay. Ah, noch einmal so. Dann so. Dann so. Ah, sehr schön. Es funktioniert also so, wie ich es mir vorgestellt habe. Beziehungsweise, wie ihr schon gesagt habt. Mach sie lang. Mach sie geschlängelt. Mach sie... Ja, irgendwie. So, das ist jetzt hier die Warteschlange. Ich denke mal, die sehen auch so ganz anders schon aus. Und auch, ja, einigermaßen cool, hätte ich gesagt. Die können wir auch noch hier rumgehen lassen. Beziehungsweise die hier vielleicht für den Whirli-Rig noch verwenden. Noch ein bisschen aufschlängeln. Und dann hier nehmen. Und hier müssen wir uns mal überlegen, wie wir das mit dieser Warteschlange machen. Lassen wir erst einmal das Ding hier weiterlaufen. Jetzt müssen wir ja hier wieder ein bisschen die Szenerie verwalten. So, das können wir ja hier hinstellen. Beziehungsweise, wie konnten wir das drehen? Mit Y war es, glaube ich. Genau. Wenn wir da einfach mal hier das Ding ran, dann dieses Drehding. Das hatten wir alles hier gelassen. Das hier gehört aber nicht dahin. Moment, da muss ich das mal richtig... Nein, ich will das Richtige auswählen. So. So. Machen wir das so? Ja, das machen wir so jetzt einfach. So, dann hatten wir da noch ein kleines Drehrädchen. Ach so. Kann ich schon wieder nicht das korrekte auswählen. Der Busch gehörte da nicht hin. Hier können wir aber zum Beispiel das platzieren. Den Busch einfach mal dahin. Dann das Rädchen hatten wir da definitiv nicht liegen. Das könnten wir aber mal zum Beispiel hier her pflanzen. Vielleicht auch hier dazwischen. Dass es so aussieht, wie als würde es diese beiden Warteschlangen verbinden. Aber es trägt dann wahrscheinlich für beide Warteschlangen auch bei. So, den Stein. Den können wir auch noch hier dazwischen legen eigentlich. So, hier hätten wir noch ein bisschen Beleuchtung. Würde ich sagen, das bringen wir vor diesem Gerät hier an. So, und zwar nach oben gerichtet. Oder leicht so zu diesem Gerät gerichtet, hätte ich gesagt. Also das so ein bisschen schräg hinstellen. Und der andere Scheinloch, der steht mitten hier im Weg eigentlich sehr beschissen. Komme ich an den jetzt dran. Komme ich jetzt an den? Nein, nicht Insanity. Nein. Gott. Alter. Kann ich das jetzt nicht mehr auswählen? So, P ist Pause. Gut. Dann möchte ich das nochmal... Na ja, gut. Dann müssen wir nochmal die Warteschlange hier in Angriff nehmen. Dass ich das Scheiß-Ding hier erwische. So. Und die Warteschlange wieder fertig bauen. So, alles klar. Gut. Dann, das Ding habe ich noch ausgewählt. Das möchte ich ja noch richtig nehmen, dass es auch zu diesem Ding leuchtet. Wobei, den Eingang könnten wir auch verschieben. Ja, Leute, machen wir es mal so. Wir verschieben auch mal den Eingang von diesem Dingens. So. Move. Und von dem hier werden wir den Ausgang... Wo war es? Wartung. Übersicht. Kann ich hier nicht den Ausgang verschieben? Wo kann ich denn hier den Ausgang verschieben, Leute? Den Ausgang. Den Ausgang. Den Ausgang. Den Ausgang? Äh. Das ist doch geschlossen. Wartung. Übersetzungsregeln. Nee. Ticketpreis. Test starten. Wo kann ich denn jetzt hier? Ich will den Ausgang verschieben. Wie komme ich denn da hin? Kamera zentrieren. Insanity 1. Hier kann ich bloß das umbenennen. Hä? Ich finde es nicht. Ah, hier. Ausgang verschieben. So, würde ich nämlich auch mal direkt in die... Ja, so ziemlich in die Mitte von dem Ding hier machen wollen. So. Weil dann kann ich nämlich die Dinger hier besser ausrichten. Dass wir beide auf das zeigen. Und beide neben dem Ausgang relativ... Äh... Synchron auch aussehen. So, wisst ihr Bescheid? Okay, das platzieren wir so. Alles klar. Dann kann es hier weitergehen. Und hier möchte ich aber auch gern die Regel einstellen, dass es halb besetzt nicht losgeht, sondern dreiviertel besetzt. So, war das jetzt überall eingestellt eigentlich? Halb besetzt. Ne, dreiviertel besetzt. Hier war schon dreiviertel besetzt eingestellt. Ach, guckt mal. Und schon werden die Warteschlangen wesentlich besser befüllt. Hier, die ist noch etwas kurz. Die hier ist noch... Die ist auch noch etwas kurz. Mh... So, Parkverwaltung. Was sagt eigentlich das Personal? Wartung? Käpt'n Eisentiefer. Großartige Geschichten. Auch ein großartiger Bösewichte. Jetzt gibt es hier noch Animateure. Coaster King. Jetzt ist es hier bloß Animateure und Wartung. Mehr können wir nicht einstellen an dieser Sache. Forschung starten wollte ich ja noch nicht. Dafür haben wir noch nicht die notwendige Kohle. Was sagt eigentlich die Warteschlangenqualität? 48% Szeneriebewertung. Das ist nicht genug für mich. Überhaupt nicht genug. So machen wir mal ein bisschen die Musik aus hier, dass ich mich vielleicht besser konzentrieren kann, die Warteschlange zu positionieren, so wie ich das möchte. Also Szenerie, Szenerie, Szenerie. Was ist denn das eigentlich? Weitere Filter? Design, Szenerie. Ach, hier kann man auch auswählen. Piraten, Märchen, Planet Coaster, Western, Sci-Fi. Das ist ein Märchen. Ach, Märchen gibt es nicht. Piraten gibt es nicht. Planet Coaster gibt es nicht. Western. Design, Szenerie. Wieso zeigt es mir in der Szenerie? Eigentlich nichts an. Gehört das einfach zu nichts alles? Design, Szenerie. Naturregion, Park, Wüste, Tropen. Ah, das gehört zu den Tropen. Was ist das F Hindernis? Das gehört zu den Tropen. Das gehört zu den Tropen. Ah, das gehört zu den Tropen. Untertitelung des ZDF, 2020